Vielen Dank. So, da kommt ihr. Come on. So, da kommt los. Wo sind deine Handschuhe? Hallo liebe Boxfreunde, ich möchte was dazu sagen. Ich sage nicht ab dem Kampf, aber wir haben Falkenbreit, dass ich den ersten Kampf mache und den letzten gegen ihn. Und nicht zwei Kämpfe hintereinander, sowas gibt es gar nicht. Also das liegt an der Veranstaltung, was wir hier durcheinander gewirkt haben. Aber, dank dem Hauptkampf hier, glaube ich, ist der Hauptkampf, oder angeblich der Weltmeister, dann kämpfe ich auch gegen ihn. Aber, äh, ich bin gerade warm geworden, hier gekämpft, ein bisschen aufgeregt, hier für eine Stunde in der Regen stand ich. Und jetzt soll ich wieder gegen ihn, da sowas gibt es gar nicht. Also, dank dem Hauptkampf, Leute, nicht weggehen. Ich und der, oder unser Bein-Luke, kämpfen wir nun mal miteinander, ne? Okay? Also nicht weglaufen. Alles klar, ich will schon Bescheid. Wie gesagt, das ist auch offiziell von der GBA so bestätigt worden, dass er hintereinander nicht kämpfen kann. Dann sehen wir uns nachher nochmal. Trotzdem schon mal ein Riesenapplaus. Pucker. 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 Pucker.